Hallo Leute, hier ist wieder Tata und jetzt gibt es ein weiteres Abonnenten-Special, nicht-Special, Abonnenten-Vorstellungs-Video. Diesmal haben wir zwei Leute Bogen geschickt und zwar gibt es zwei Richard-Bogen vom Danny und drei Schlangenbogen vom Niklas. Und wir fangen einfach mal mit dem Richard-Bogen an, wie er auf unsere altbekannten hier nennt. Und jetzt sollten jetzt hoffentlich zwei verschiedene Bogen geborgen werden, hier sieht man schon, das sind zwei verschiedene. Ach hier, gut, beide verschiedene Bogen angebaut, das ist schön. Während ihr das seht, ist wahrscheinlich Dienstag und ich bin ab morgen dann weg in Richtung Spanien zu meiner Weltmeisterschaft. Es wird die nächsten Tage ab Dienstag noch ein paar Videos geben, die ich jetzt vorher am Sonntag aufgenommen habe. Ich erwarte da aber keine Leistung, das war, ich bin einfach nicht mehr in Deutschland. Ich kann auch nicht wie Malte mal eben was machen. Was zu tun ist ja kein Urlaub in dem Sinne. Und wenn ich dann aber wieder da bin, das wird am Dienstag in der Woche sein. Ab da wird es dann wieder Content, wir geben Live-Content und neue Videos, dann noch bald die Abvorstellung. Es wird aber jetzt ein bisschen dauern, wird sich alles ein bisschen verzögern. Eben wegen der Woche Spanien in der Weltmeisterschaft. So, schauen wir mal, die Burgen sind ja relativ schnell fertig. Ich denke mal, hier kommen noch viele schöne Dinge. Nehmen wir mal die Burg zuerst. Die hat sechs Türme mit den sechs Belagungsgeräten, die man bauen darf, kann. Zwei große Torhäuser. Und die hat Vieck. Viel Produktion, wie ist es denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 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 sieben, acht, sieben, acht, sieben. Ich glaube, mein Richard hatte 15. Deswegen ist sogar ein bisschen wenig Produktion, wenn ich mir so nachdenke. Viele Gebäude nach außen. Und Richard-like Türme so, dass wenn sie kaputt gehen, man rein kann. Also riesen noch Gebäude dahinter teilweise. wo ich mir langsam ist dass die tote Winkel sind weil hier oben ist ja maximal ein Bogenschütz und alles was hier angreift kann ganz so richtig geschossen werden ich gehe mal davon aus dass er hier überall ein Bogenschützungsbohntum hat dann wären das acht dann kann er noch zwei woanders hin getan haben vielleicht hat er ja drei hier oben aber okay man sieht auf jeden Fall jetzt nicht hässlich aus zu spielen das ist vielleicht nicht auf den ersten Blick als Richard zu erkennen aber auf den zweiten Blick hat er dann auf jeden Fall Richard hat er die großen Torhose hat die quadralischen Türme er hat das eckige hier schöne Dinge das ist ein Richard wir schauen uns mal die andere Burg an die ist auch wieder viereckig ein bisschen quadratisch an die ganz rechteckig auch zwei Torhose ein großes und kleines drei Türme die auch wieder so gebaut sind dass man rein kann wenn die Mauern kaputt gehen wie bei einem normalen Richard er hat allerdings noch Bogenschützen an den Punkten der Mauern wo keine Türme sind wahrscheinlich noch zehn genau hat er die zehn einmal irgendwo verteilt gibt es zumindest keine Toten Winger hat er relativ viele Baumeister mit Pech ich glaube das hat er hier unten auch gemacht hier steht einer hier steht einer hier steht einer also hat schon genommen was man nehmen kann ja ich meine damit kommt er schon aus und es ist ja auch billiger das so zu bauen aber ich denke da wird er noch mehr Geld und mehr Wachen haben wenn man 15 was das ist natürlich geschmacksam ich hab bei mir ja ein bisschen über dem Durchschnitt von den KIs gebaut also es gibt schon ein paar KI-Bogen die die richtig viel ich glaube ich habe 22 ist natürlich zu viel aber man muss halt selber wissen sich jemanden bauen will also steckt zehn reicht auf jeden Fall kann er allerdings noch ein paar machen damit man da notfalls schneller wieder Angriffe machen kann die Waffen auch verkauft wird zu viel und die anderen sind jetzt die selben Bogen die wir wie die wir sehen es ist sogar ein Hundekäfig da ich glaube ihr setzt sonst gar keinen Nikaieren ich denke gerade nicht warum die Hunde nicht ist bei uns schauen wir mal wie das funktioniert so jetzt kommt hier ein Hund, ein Hund kam raus der Insta Nungobla und dann ist er weg also hier muss ja schon fast mit eigenem Feuer gewesen sein das ist ja angezündet ich denke das brennt bei eigenem Feuer nicht schreien wir doch also auf jeden Fall ne es sind als Richard Bogen zu erkennende Bogen sind es halt nur zwei ich glaube er hatte mir in der E-Mail geschrieben das ist schon beim Erich die E-Mail gewesen hat hat er mir geschrieben dass er die gebaut hat um die schlechten Richard KIs zu ersetzen die ohne Tunnelbaugilde und die mit nur 3 Turm auf jeden Fall gelungen also die Bogen sind jetzt nicht total übertrieben die passen wahrscheinlich auch gut in die Kreuzzugsmarsch die gefällt mir dann haben wir die Richarde uns angeguckt jetzt gucken wir uns noch die Schlangen an ich meine dass jetzt hier 3 verschiedene Schlangen gebaut werden das ist den Niklas ähm ich weiß gar nicht mehr was der ist geschrieben hatte. Schauen wir es uns. Einfach mal an wie die Schlangen aussehen. Sehe ich schon mal 6, 7 Produktion, 8, 9, 1, 2, 3, 4, ja 9 Produktion. Krumme Mau, die braucht relativ lange zu bauen. Ist halt immer so, wenn man die schräg macht. Da kann mein Friedrich ein Lied von singen. Wobei ich ja dank Erfolge gelernt habe, dass das bei komplett schrägen Mauern auch schneller geht. Aber runde Mauern dauern ewig. Das geht hier einmal rum, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall eine andere Burg. Sind die beiden hier dieselben? Ja, ich glaube die beiden sind dieselben. Das ist glaube ich noch eine andere Burg. Und dann hätten wir ja die drei. Ja. Hoffen wir mal, dass das so ist. Ein bisschen schneckenförmig, wobei hier zu ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch richtig dick wird. Das sieht so aus, als würde es jetzt noch richtig dick werden. Dann hier wahrscheinlich nach außen. Hier ist das Torhaus. Ich bin gespannt. Da kommt ja wahrscheinlich auch noch ein Burggraben irgendwo hin. Das ist dieselbe Schneckenburg. Hier wird auf jeden Fall noch richtig aufgefüllt. Das ist ein bisschen anders, die Burg. Die hat hier zwei Torhäuser und hier ein Burggraben. Relativ dick. Ich sehe hier jetzt noch gar kein Burggraben. Ich weiß nicht, ob noch einer kommt. Ah, der hat auch zwei Tore. Hier ist aber nur, also bis jetzt zumindest, nur durch zwei Häuser geschützt. Also keine Mauer. Zurzeit könnte man einfach hier reingehen, die zwei Häuser kaputt machen und man Wehrdrehen. Ich hoffe mal, bis sich das noch ändert. So, das ist dieselbe wie die hier, glaube ich. Das ist dieselbe wie oben. Aber die ist nochmal anders. Okay, das ist dann die dritte. Die hat auch relativ dicke Mauern. Ich ne treffe genau zu dem Turm. Und sie hat dann drei Mauerbereiche und drei Burggrabenbereiche. hier. Produktion. Was sind hier? Fünf schon. Sieben, acht. Ich habe gerade die zehn. Das ist nur so früher im Bogen, aber ja. Ne, Quatsch. Neun. Ja, hatten wir schon gesagt, das ist neun. Drei, sechs, neun. Und hier haben wir vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also die Burg hat eine weniger. Ne, meine haben ja auch acht, das passt ja. Das ist alles, denke ich, gut im Rahmen. Es gibt auch eine Schlangenburg, die noch in hat. Also. Hier wird das mal ausgegraben. Ich auch noch zugemacht. Ja, hier wird es auch noch zugemacht. Ja, jetzt ist es ja natürlich zu. Und dann ist es auch nicht schlimm, dass hier zwei Gebäude stehen, durch die man hätte herankommen können. Es ist niemals kürzer, den Burggraben hier zuzumachen, als die, äh, die Mauer hier kaputt zu machen. So, was halte ich von dem Bogen? Ne, ich finde die auf jeden Fall sehr schlangen-like. Die dicken Mauern fand ich am Anfang komisch, aber die passen doch überraschend. Gut. Sind nirgendwo mit, also nirgendwo ganz mit Burggraben und Wassergraben, äh, Bauern und Burggraben geschützt. Also es gibt immer so Ställe, wo man noch rankommen würde. Hier, hier, hier. Die nur eine Mauer kaputt machen muss. Hier an der Burg, hier oben, da gibt's sowas auch. Ähm, ja, die Produktion passt alles, alles im Rahmen. Sieht schlangenmäßig aus und ich würde sagen, ist ziemlich gelungen. Die Form ist interessant. Es sind nicht so viele Türme, also ich würde sagen, so eine coole Burg. Sehr in dem Stil der Originalschlange. Ist gut geworden, ne? Gefallen mir die Burggraben. Okay, dann haben wir uns die angeguckt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ähm, schreibt was in die Kommentare, damit die Ersteller dieser KI-Bogen, ähm, wissen, wie euch das gefallen hat, was ihr verbessern könntet. Und ansonsten gebt dem Video ein Like, wenn's euch gefallen hat. Gebt mir ein Abo, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Video, jetzt aber wahrscheinlich live erst in dem, in dem ersten Livestream nach meinem ETC in Spanien. Bis dahin, tschüss, euer Tata.